So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind nicht im Studio. Wo sind wir? Wir sind in Hamburg im Kongresszentrum hier am Damm-Tor beim Chaos Communication Congress. Wer bist du? Mein Name ist Constanze Kurz. Was machst du hier? Was hast du für eine Aufgabe? In erster Linie habe ich heute einen Vortrag gehalten und ich kümmere mich etwas um die Öffentlichkeitsarbeit des CCC. Bist du immer noch Sprecherin des Chaos Computer Clubs? Ich bin eine der mittlerweile zwei Sprecherinnen des CCC. Ihr habt zwei? Ja, wir sind mittlerweile zwei. Wir haben ein größeres Presseteam als früher. Warum? Das ist, glaube ich, einfach ein bisschen arbeitsteiliger. Welche Aufgaben machst du? Machst du Außenpolitik und die anderen mal Innenpolitik oder so? Wie bei den Grünen? Nee, ich glaube, wir sind ja nicht so parteipolitisch organisiert. Nee, es ist einfach, glaube ich, jeder hat so ein bisschen die Themen, mit denen er sich beschäftigt und für die er auch ein Spezialist ist oder für die er sich interessiert. Ja. Das ist jetzt der 37 C3. Es gab ja jetzt seit vier Jahren, wenn ich richtig informiert bin, keinen Chaos Communication Congress. Warum nicht? Habt ihr Corona boykottiert oder was? Ich glaube schon, dass diese ganze, also es war eine Pandemie-Pause, aber es war auch so ein bisschen, glaube ich, die Furcht davor, eine Massenveranstaltung zu machen und die damals ja noch verpflichtenden Hygienevorgaben einzuhalten. Also man hätte das ja machen können, zumindest in einem Jahr, aber ich glaube, da gab es ein bisschen die, ja, ein bisschen die Angst davor, das zu organisieren für eine Massenveranstaltung. Und dann war der Beschluss, halt nochmal zu verschieben und ich glaube, die Freude ziemlich groß, dass wir diesmal wieder physisch zusammenkommen und dass wir auch zurückkehren nach Hamburg. Was ist jetzt anders als in den Vorjahren? Also gut, wir sind jetzt wieder in Hamburg, es war zwei oder drei Jahre in Leipzig. Was ist noch anders? Na, ich glaube, das erste ist, dass das Gebäude hier in Hamburg ist umgebaut worden, also Kongresszentrum. Für mich ein schöner Umbau. Also mir gefällt das neue Look and Feel hier und wir haben hier wieder relativ viel Freiheiten, in dem haben wir mit dem Gebäude machen können. Und ich finde, es ist auch ganz gut gelungen. Ich finde, es wirkt nicht ganz so voll wie früher. Also mein Gefühl so in Hamburg war früher immer so ein bisschen Gedränge. Aber das ist ein Vorteil, finde ich. Ja, es ist ein bisschen entspannter und nicht mehr so ein Gedränge. Aber die Vortragsräume sind teilweise schon ziemlich voll. Also wir sind auch rausverkauft. Okay. Hast du auch einen Vortrag gemacht? Ja. Worüber? Ich habe heute einen Vortrag gemacht über eine bestimmte Art von Software, die von der Polizei benutzt wird. Datenauswertung und Analyse. Da geht es so um die Polizeidatenbanken, strukturierte und unstrukturierte Polizeidaten. Und die kippen die in kommerzielle Systeme, Analyseplattformen. Cool. Ungefähr funktioniert. Und dann hatten wir ein paar Forderungen, wie es sich gehört, für einen ordentlichen Techniktor. Reden wir gleich drüber. Ich wollte ganz kurz einen Poster ansprechen, was ich ganz groß am Eingangsbereich gesehen habe. Big Sisters. Wer ist da zu sehen? Da sieht man einmal, es ist die Abbildung von netzpolitischen Debatten, wo die Gesichter sozusagen repräsentierend sind für die Debatten. Das ist einmal die riesengroße Chatkontrolle. Das ist eine EU-Kommissarin, die heißt Johannson, die da abgebildet ist. Und die so ein bisschen diese, auch die Ignoranz gegenüber guten, auch technischen, aber nicht nur technischen Argumenten symbolisiert. Weil es also eine monatelange Debatte darüber gab, in welcher Form diese Chatkontrolle kommen soll, ob das überhaupt was bringt für das Ziel dieser EU-Verordnung, nämlich den insbesondere Schutz von Kindern. Wie gefährlich es technisch ist. Also eine riesige Debatte, gegen die, ich glaube, ich könnte mich jedenfalls nicht erinnern, in den letzten Jahren noch nie so viele, auch einfach von unterschiedlichen Seiten vorgebrachte Argumente in die Debatte reingegeben wurden und aber ignoriert wurden. Und dafür steht sozusagen Johannson als EU-Kommissarin, die kommt aus Schweden. Bleiben wir mal kurz dabei, seid ihr gegen diese Chatkontrolle? Natürlich sind wir gegen die Chatkontrolle. Warum? Also wenn ist es ja zum Schutz der Kinder, Konstanzen? Bist du gegen den Schutz von Kindern? Oh nein, Thilo, ich bin nicht gegen den Schutz von Kindern, aber... Gut, dann muss man doch dafür sein. Kinder haben Grundrechte, ja? Ja. Also es geht um ein anlassloses Scannen von allen Chatnachrichten. Wir fanden es doch ein bisschen fett, um es mit dem Kinderschutz zu begründen, zumal uns die Kinderschutzverbände unterstützt haben darin, die auch nicht dafür waren. Das heißt, es gibt eine breite Verlangs, sowohl von Juristen, von Technikern, aber auch von den Kinderschützern selbst, die sagen, so ein Unsinn brauchen wir nicht. Warum soll es trotzdem gemacht werden? Naja, es gab natürlich auch eine Lobby dafür. Am bekanntesten ist da wahrscheinlich der Schauspieler Aston Kutcher, der hat ja so eine... Aston Kutcher ist dafür? Ja, ja, A-Kutcher spricht er nicht? Kutcher? Ja, Aston Kutcher. Ist der Ex-Mann von Demi Moore, oder? Ich glaube, jetzt ist er aber mit Mila Kunis zusammen, oder? Ich glaube, Kutcher. Oh ja, weißt du gar nicht genau. Na gut, also der jedenfalls. Die Kommentare unter diesem Video werden es uns sagen. Ja, Kutscher oder Kutscher? Wir wollten uns nicht streiten. Nein, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben eine Tradition, uns hier zu treffen auf dem Chaos Communication Congress und wir streiten uns nie. Außer manchmal. Über Äußerlichkeiten, oder? Jedenfalls der Punkt ist, dass es natürlich eine Menge Firmen gibt, die diese Software zum Scannen herstellen. Und unter anderem gibt es natürlich diese Verbindungen, denn die würden sich natürlich, wenn das massenhaft gesetzlich verpflichtend wäre, ganz gut, die könnten sich die Taschen wohl machen. Also es gab eine Lobby dafür, die aber im Wesentlichen auch aus genau diesen kommerziellen Netzwerken besteht. Und das wurde aber auch im Rahmen der ganzen Debatte um die Chatkontrolle auch durchaus aufgedeckt. Also es gab ein journalistisches Konsortium, wo dieses Netzwerk an Leuten, die einfach davon profitieren würden, einfach in Geld profitieren würden, das wurde dann schon ganz gut aufgedeckt. Ich finde trotzdem, also es sieht jetzt so aus, als wenn die Chatkontrolle nicht mehr kommt. Also es sieht aus, als wenn dieser Kampf gewonnen ist, aber es bleibt natürlich trotzdem. Also einfach, wenn man über die Monate Debatte nachdenkt, die Erkenntnis, wie lange man so breiten Widerstand mit echten Argumenten ignorieren kann, das ist schon bemerkenswert. Und das sehen wir leider auch in anderen Debatten. Du hast gerade anlasslose Überwachung dieser Chats gesprochen. Erklär mal ganz kurz, von welchen Chats hätten wir denn da gesprochen? Von welchen Chats wäre es gegangen? Und wie hätte diese Überwachung, diese Kontrolle denn ausgesehen? Na technisch muss man, ich habe jetzt so Chats gesagt, also es meint Nachrichten, dazu würden auch andere etwa Mails oder sowas zählen. Also es gibt... Mails auch? Ja, also... So WhatsApp, Instagram... Es gibt eine freiwillige Chat... MySpace... Ja, gibt es noch MySpace? ICQ... In... Okay, ne, also gewisse Voraussetzungen sollten da schon sein, nämlich dass du jemand benutzt. Ich weiß nicht, da hat noch jemand ICQ benutzt. Ja, vielleicht. Machst du so abends, ich weiß nicht. Also... 134-190-508, das ist meine ICQ-Nummer. Hätte ich nie vergessen. Hast du mir wirklich gemerkt? Ich hatte auch verschiedene ICQ-Nummer, aber die würde ich nicht mehr wissen. Also das ist echt so lange her. Warum hast du die gemerkt? Ich weiß es nicht. Stimmt die wirklich? Ich meine schon. Also, nein. Es ging darum, dass man sozusagen, was ja auch erstmal aus der Kinderschützerperspektive erstmal kein schlechter Ziel ist, Missbrauchsdarstellung zu scannen. Also das war ja das Ziel. Und wogegen sich sozusagen eine ganz breite Phalanx wehrt, ist, dass man das einfach anderslos für alle Nachrichten tut. Was ja einfach eine milliardenfache Scanning-Operation wäre, die einfach auch Folgen hat. Die vor allen Dingen die Folge hat, dass man technische Maßnahmen zur Sicherung, insbesondere Verschlüsselungsmaßnahmen, hintergehen muss. Ansonsten ist ja so eine Form von Scannen nicht möglich. Und daran hängt sich das, also ja, die Debatte hat sich am Anfang an diesen technischen Argumenten aufgehangen, aber später auch daran, bringt das eigentlich wirklich was? Und weil ja etwa die Kinderschutzverbände, die sich dagegen positioniert haben, hatten ja andere Argumente als technische. Wir haben aber vor allen Dingen argumentiert, Entschuldigung, das untergräbt Maßnahmen der Verschlüsselung, die ja IT-Sicherheitsmaßnahmen sind, die gleichzeitig auch Kinder schützen. Nämlich in deren Privatsphäre, die haben ja auch ein Grundrecht auf Privatsphäre. Also da waren viele Argumente, aber wir haben, glaube ich, eher technische vorgebracht. Die EU und die Bundesregierung sind doch auch immer für Verschlüsselung, oder? Die Bundesregierung hat tatsächlich in dem Fall der Chat-Kontrolle von Anfang an, also jetzt die Ampelregierung, eine kritische Position eingenommen. Es war nicht so, dass die Bundesregierung dafür Wärmung gemacht hat, sondern im Gegenteil, die hat sich schon positioniert kritisch. Stand doch im Koalitionsvertrag, wir sind gegen diese Chat-Kontrolle, oder? Ich glaube, es war ein bisschen verklausulierter benannt, aber seit die Ampel tatsächlich einer Regierung war, ist diese Position auch gehalten worden. Aber sie war natürlich in der Ampel auch nicht unumstritten. Also die Innenministerin Faeser hat sich manchmal auch ein bisschen anders geäußert. Aber ein anlassloses Scannen wurde im Wesentlichen von Deutschland nicht unterstützt. Und es war auch wichtig, dass Deutschland sich positioniert hat, weil eben eine bestimmte Anzahl von Ländern in Europa dagegen sein muss, um irgendwie wirklich Widerstand zu organisieren. Aber jetzt, WhatsApp hätte das ja auch getroffen. Ich glaube, damit können die meisten was anfangen. Bei WhatsApp steht ja immer, wenn ich, keine Ahnung, mit dir darüber reden würde, was du ja nicht tust, weil du das nicht benutzt, und da steht immer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Hätte denn diese Chat-Kontrolle diese Verschlüsselung irgendwie umgangen? Naja, die Debatte ist natürlich nicht so weit geführt worden, dass wir die technischen Details der Umsetzung kennen würden. Aber es ist technisch völlig klar, dass man eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hintergehen muss, um anlasslos zu scannen. Die Debatte ist aber anderswo geführt worden, denn es gibt parallele Gesetzgebungen, die eine ähnliche Debatte hatten, etwa in Großbritannien. Und da haben sich eben auch die Anbieter, zum Beispiel von WhatsApp oder aber auch bei Signal, also konkurrierende Messenger, die haben sehr klar gesagt, dass sie diese Art der Gesetzgebung nicht unterstützen würden. Also sie würden nicht hintenrum ihre eigenen Verschlüsselungsmaßnahmen brechen wollen. Also es wurde auch auf der Ebene der kommerziellen Anbieter durchaus debattiert. Und ich glaube, das spielte auch schon eine Rolle in der politischen Debatte. Vielleicht mehr als Statements von der Zivilgesellschaft. Wir machen mal weiter. Wir haben ja nur kurzfristige Unfalle, die wir aber ignorieren. Andere Frage. Du meintest ja, es gibt ökonomische Gründe dafür gewesen zu sein, aus Sicht mancher Konzerne. Gab es auch politische Gründe? Also das ist... Es gibt immer natürlich den politischen Grund, du hast ihn vorhin so ein bisschen ironisch genannt, man will auf keinen Fall in die Ecke geraten. Was, du wendest dich dagegen, dass man irgendwie Kinder Missbrauchsdarstellungen aus dem Netz tilgt oder so, oder da die Täter nicht findet. Also da gibt es sicherlich auch ein bisschen politischen Druck. Man will nicht in die Ecke, dass man sich da irgendwie, ja, als Unterstützer von irgendwelchen Leuten die Missbrauchsdarstellungen tauschen oder weitergeben oder gar verkaufen oder so. Da gibt es sicherlich so ein bisschen Probleme bei der Positionierung. Und es ist vielleicht auch nicht immer in allen, gerade so Leute, die sich jetzt damit nur am Rande beschäftigen, politisch nicht so gut zu verkaufen. Aber man hat bei der Chat-Controller eigentlich deutlich gesehen, dass dieses Argument, oh, wir wehren uns ja nur, aber wollen diese Bilder und Filme und so ein, das hat als politisches Argument nicht sehr gut gezogen, finde ich. Und noch anders, als wir in anderen Debatten hatten, Netzsperren oder so. Wir hatten ja früher schon mal so eine Debatte, die ähnlich waren. Das ist so mein Eindruck jedenfalls. Gab es irgendwie Vertreter oder politische Kräfte, die nur so getan haben, als ob es ihnen um den Schutz von Kindern geht, aber eigentlich gerne diese Überwachungsmaßnahme, diesen neuen Schritt gerne hätten? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es war schon sehr deutlich, dass es so eine Art Netzwerk gibt von denen, die einfach stich daran verdienen, weil ich meine, du musst ja einfach, die Scanning-Software musst du auch haben und dafür gibt es Anbieter. Aber ich würde, das ist ja eigentlich gerade bemerkenswert an der Chat-Controlle. Es war eigentlich niemand dafür so richtig. Also es gab sehr, sehr, sehr viele und gute Argumente dagegen. Also Big Sister Johansson. Naja, die war schon echt erstaunlich resistent, auch gegen verschiedene Arten von Kritik. Hat sie jetzt aufgegeben? Na, es sieht jetzt so aus, als wenn sie letztlich nicht schafft, umzusetzen. Letzte Wort ist wahrscheinlich noch nicht gesprochen. Das haben wir beim Glyphosat auch immer die Jahre gehört und dann wird es immer dann doch irgendwie wieder weitergehen. Naja, es gibt in Europa ja auch eine gewisse zeitliche Beschränkung. Nächstes Jahr aus der Europawahl. Und du hast ja in diesem Gesetzgebungsprozess der EU auch nur eine gewisse Zeitfenster, wo du was durchbringen kannst. Und sie hat letztlich auch die Ratspräsidentschaften, die der jeweils dann verhandeln, sie haben keine Mehrheit dafür zusammengekriegt. Das ist schon ein großer Erfolg, würde ich sagen. Gibt es irgendwelche, ich meine, du hast gerade EU-Wahl angesprochen, gibt es irgendwelche Parlamentarier oder Parlamentarierinnen, die sich erfolgreich eingesetzt haben, die es lobend sind zu erwähnen? Na, wir haben morgen hier auf der Bühne Patrick Breyer, der im Europaparlament für die Piraten sitzt. Der hat natürlich, also es ist ja nicht nur das Einbringen in den Ausschüssen und sich irgendwie informieren, sondern er hat natürlich auch mit dir helfen, eine Öffentlichkeit dafür herzustellen. Denn das Interessante an der Chatkontrolle ist, so krass dieses Vorhaben ist, also Milliarden Nachrichten zu scannen ohne jeden Anlass, einfach so, es hat trotzdem ewig gebraucht, wie die Debatte wurde. Also das fand ich schon bemerkenswert. Die technische Community ist relativ früh aufgesprungen, aber es gab wenig so Widerhall. Und ich glaube, dass Patrick Breyer sehr stark daran mitgewirkt hat, da auch eine Öffentlichkeit herzustellen, den anderen Druck, also auch über jetzt sozusagen die interessierten Experten hinaus, eine Debatte herzustellen. Das war schon wichtig. Aber so richtig doll groß ist der Druck natürlich erst geworden, als sich wirklich viele öffentlich dagegen positioniert haben. Und dann gab es halt offene Briefe und dann hat sich, die Wissenschaft hat sich dagegen gestellt mit, klar, mit guten Argumenten. Und dann auch ein Teil der Kinderschutzverbände, dann geht ja so ein Effekt los. Das ist ja wie so ein Jojo-Ding. Also dann fangen Leute an, da genauer hinzugucken. Dann gab es die interessanten Recherchen von Journalisten. Wer ist dann eigentlich dafür? Und wie kommt das eigentlich, dass Eschenkutscherkatscher, wie immer er genau heißt? Eschen. Eschen? Wir bleiben bei Eschen. Ja, genau. Warum hängt der da eigentlich immer ab? Wieso kriegt der Termine in Brüssel und so? Also da haben sich einfach auch Journalisten hintergeklemmt und dann auch darüber geschrieben. Und dann wiederum gibt es ja wieder den Prozess in Brüssel. Also dann fangen ja auch die Ausschussmitglieder an, darüber Fragen zu stellen. Johannson musste sich da natürlich auch rechtfertigen. Naja, also es hatte viele Facetten. Letzte Frage dazu. Gibt es in irgendeinem Land sowas wie eine Chatkontrolle, wo man sagen könnte, okay, das ist eine gute Warnung oder so ein gutes Beispiel, was damit passieren kann? Es gibt eine freiwillige Chatkontrolle. Das heißt, es gibt einige Messaging-Anbieter, die scannen nach solchen Materialien. Aber das ist natürlich dann eine technische Frage, ob der Messenger das überhaupt zulässt. Also hat er eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder nicht? Ich glaube, dass auch die freiwillige Chatkontrolle heute kritischer gesehen wird, weil vielen erst klar geworden ist, wie viele Millionen Nachrichten da eigentlich gescannt werden. Es ist auch, glaube ich, noch ein Effekt zu beobachten. Es gibt hier sozusagen Geschichten, die im Rahmen der Debatte um die Chatkontrolle veröffentlicht wurden, wo viele plötzlich gesagt haben, oh, an so etwas habe ich ja gar nicht gedacht. Ich will mal Ihnen erzählen, ich weiß nicht, ob du die Uhr hier heute hast. Da gab es diesen Papa, der hat, also da war noch Pandemie und sein Kind war krank. Und das hatte, ich weiß nicht genau, was für eine Erkrankung, aber der hat Fotos gemacht von den Geschlechtsteilen des Kindes und dem Arzt gesendet. Und hat dann die volle Breitseite abgekriegt, sozusagen, seine Google-Accounts waren alle weg. Was der für manche Menschen, nicht für alle, aber für manche Menschen ist das ein echtes Problem, beruflich und privat. Weil da hängt Mail dran, da hängt Kalender dran, für viele Menschen ist das ein Problem, aufgrund von solchen Scans. Und so eine Geschichte, die in diesem Fall brachte ich die New York Times, die, glaube ich, die haben Leute zum Nachdenken gebracht, dass das sehr, sehr leicht missbräuchlich passieren kann. Denn die Fehlerrate bei diesen Scans ist natürlich enorm hoch. Und der Vorwurf aber, der klebt natürlich an dir wie Pech. Oh, Missbrauchsdarstellung. Und ich glaube, die Vorstellung, das könnte mir passieren oder so. Ich habe vielleicht nur ein Bild gemacht, weiß ich nicht, an der Nordsee am Strand mit meinem Kind oder so. Das hat viele nachdenklich gemacht. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen losgegangen, dass Leute geguckt haben, wie hoch sind denn die Fehlerraten wirklich? Von was reden wir denn da eigentlich, wenn wir Milliarden Nachrichten scannen? Wie viele Fehlermeldungen kommen denn da? Also da sind einfach viele Nachfragen gestellt worden. Und bei anderen Systemen der Massenüberwachung, über die wir früher schon mal geredet haben, wenn du dich erinnerst, da findest du halt selten so eine krassen, ja, so eine Opfergeschichten. Da ist dann halt ein Papa mit einem kranken Kind und so. Das hast du halt bei der Vorwärtsentsprechung, glaube ich, nicht so häufig. Oder wenn du jetzt, na ja doch, bei der Biometrie hast du, anlasslose Biometrie hast du auch so eine Geschichte. Aber ich glaube, die haben dazu beigetragen, dass sie so ein bisschen kippte politisch. Welchen Messenger empfiehlt ihr zu benutzen? ICQ? WhatsApp? Hör doch mal auf mit ICQ. Also ich glaube, in der Hacker-Community wird tatsächlich relativ viel Matrix benutzt. Ja, das gibt... Hab ich noch nie gehört. Echt? Ja, schade, Thilo. Wie aus dem Film? Ja, such mal mit einer Suchmaschine. Früher war das so, äh, Trema und Signal. Also ich glaube, in der Hacker-Community wird auch relativ viel Signal und Threma benutzt. Threma? Ja. Aber Matrix? Warum Matrix? Hm, ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass viele, zumindest in der Hacker-Community, nicht nur auf Telefon-Messenger benutzen, sondern auch gerne was wollen, was sie auf dem Rechner auch gleichzeitig benutzen können, offene Lösungen bevorzugen und kommerzfreie, so weiß ich schon. Also diese, hm, wir sind eine Community, die, ja, ja. Das andere ist, nicht jeder benutzt gerne Signal, für Signal musst du eine Telefonnummer angeben und die Angabe der Telefonnummer ist für manche Menschen ein No-Go und das ist natürlich auch ein Identifier. Telegram nicht, oder? Ich kenne tatsächlich in der Hacker-Community auch Telegram-Benutzer, aber die sind natürlich ein bisschen verrufen, rechtslastig verrufen. Ich finde ja im Übrigen mehrere Messenger zu haben auch nicht schlimm. Darum nutze ich ICQ, da bin ich alleine. Okay, das ist jetzt das vierte Mal das Tilo ICQ erwähnt. Wir werden, diese Sendung wird unterstützt, glaube ich, heißt das, von ICQ. Echt? Das ist ein Revival jetzt wieder. Haben wir jetzt Sponsoren? Der junge Naiv hat ICQ gekauft. Also früher, als wir uns hier beim Chaos Communication Congress getroffen haben, vor der Pandemie, ja, aber noch nicht diese Sponsoring und diese permanente Erwähnung von ICQ. Reicht jetzt auch, der Gag ist tot. Du hast dann angefangen. Ja, ich weiß. Big Sister Nummer zwei, Frau Feser. Ja, ich glaube... Hat die auch mit der Chat-Controlle zu tun? Gibt es noch andere Gründe, warum sie hier die Big Sister ist? Ich glaube, das ist im Wesentlichen die Vorratsseitenspeicherung. Also, ich meine, keine Ahnung, wie man nach einem Jahrzehnt Debatte nicht irgendwann mal sagen kann, okay, so nach zwölf oder so urteilen reicht es jetzt mal. Gab es nicht genug Bundesverfassungsgerichtsurteile? Es ist nicht nur die Bundesverfassungsgerichte, es ist vor allem... Es ging jetzt um die Vorratsseitenspeicherung der IP-Adressen. Aber nichtsdestotrotz, also als hätte diese Debatte nicht stattgefunden. Das ist mir unklar, also weiß ich nicht. Kannst du dir nicht erklären, warum sie immer noch pushen? Natürlich, ich kann nichts mehr erklären. Also, das liegt vor allen Dingen aus meiner Sicht daran, dass die Polizeipraktiker das immer noch fordern. Das ist ja so ein Muster. Das ist halt... Diese Polizeipraktiker wissen nicht über diese Urteile Bescheid? Oh ja, das sind ja nicht... Also, das sind jetzt ja nicht Menschen, die ganz dringend grundrechtliche Seminare ablegen, sondern die wollen vor allen Dingen, was ich verstehen kann, die wollen Daten für ihre Ermittlungen. Aber unsere Argumentation gegen die anlasslose Massenspeicherung von allen Arten von Daten ist ja immer, okay, man muss sich überlegen, wie man es effizient anders machen kann. In diesem Fall, für die Vorratsseitenspeicherung, haben wir ja einen konkreten Gesetzesvorschlag vorliegen. Also das heißt, das FDP-geführte Justizministerium hat was vorgelegt. Aber wir haben jetzt Ende Dezember, es gab immer noch keinen, sozusagen in diesem Spiel, noch keinen irgendwie gearteten Konsens. Ey, frag mich. Aber können Sie jetzt basierend auf den bisherigen Urteilen überhaupt da irgendwas Sinnvolles? Ja, dann fängt das Spiel von vorne an. Also, wenn jemand eine anlasslose Telekommunikationsmassenspeicherung ins Gesetz schreiben würde, dann würde natürlich sicherlich wieder auch versucht werden, den juristischen Weg dagegen zu gehen. Das spielt ja keine Rolle. Ich habe schon den Eindruck, dass viele Urteile nicht in ihrer Gänze befolgt werden. Gibt es den Staatstrojaner noch? Fällt mir gerade ein. Ja, das finde ich auch sehr ärgerlich. Also, eigentlich ist die Ampel angetreten zu sagen, alle Sicherheitslücken müssen gemeldet werden. Das steht so im Koalitionsvertrag. Dann müsste man ja vielleicht auch mal ran. Gibt es dazu auch ein Urteil? Nein, aber es liegt ein Verfahren an. Der CCC hat auch eine Stellungnahme dazu abgegeben. Ich habe auch eine Anhörung. Wir werden wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres dazu dann auch ein Urteil bekommen. Mal sehen. Aber wir hatten also einen riesigen Staatstrojaner-Skandal. Entschuldigung, hast du den nicht mitbekommen? Ich wollte einfach nur darauf kommen, ob du mitbekommen hattest, dass der CEO der Deutschen Telekom, Tim Höttges, der war ja auch in der Sendung, und als ich den auf den Staatstrojaner angesprochen hatte, meinte er so, was ist das? Ja, es ist ein bisschen... Das war eine geniale Szene. Ja, aber die Szene ist auch schon ein bisschen älter. Ich würde hoffen. Das war vor dem Pegasonskandal. Ja. Also ich würde hoffen, dass er das dann vielleicht mitbekommen hat. Vielleicht hat er auch keine Zeit, ich weiß nicht. Oder er hatte keine Lust, ein politisches Statement dazu abzugeben. Aber sich so dumm dann zu stellen. Also ich habe es ihm geglaubt, dass er nicht wusste, was gemeint ist. Aber vielleicht kannte er auch nur den Begriff nicht. Ich glaube schon. Willst du die Szene jetzt dann nochmal einspielen? Nein. Wieso nicht? Das verlinken wir unter dem Video. Er klickt doch niemand mit einem Video hin und guckt sich dann die Stelle an. Fünf Leute schon. Also glaubt uns, Tim Höttge ist bei Jung und Naiv. Staatstrojaner. Geniale Szene. Okay, das war Feser. Zum Schluss die andere Big Sister ist Ursula von der Leyen. Was hast du gegen Uschi? Naja, ich sag mal so. Seit der Netzsperrendebatte, wo sie ja diesen Kampfnamen Tens Ursula bekommen hat, ist natürlich, sie ist in der Regel nicht sehr beliebt in der netzpolitischen Community. Also ich glaube, für ein konkretes Vorhaben steht sie nicht. Sie steht aber in gewisser Weise für dieses Projekt EIDAS, wo ja wiederum die Frage ist, welche Überwachungspotenziale diese Gesetzgebung hat. Das ist auch eine EU-Verordnung. Die bezieht sich auf diese digitalen Identitäten. Und das ist ein Projekt. Das hat sich Ursula von der Leyen auf die Fahnen geschrieben in ihrer State of the Union. Also so eine Rede, die sie immer hält. Und hat auch versprochen, dass es kommt. Und in dieser EU-Verordnung ist leider auch ein ziemlicher Pferdfuß versteckt. Nämlich die Frage, wie man Zertifikate regelt. Und diese Zertifikate, die sind für die Sicherheit vor allen Dingen bei der Benutzung von Browsern von ziemlich zentraler Bedeutung. Und hier öffnet, wir können darauf genauer eingehen. Ich weiß noch nicht, ob wir das wollen. Wollen wir über die Zertifikate ein bisschen genauer reden? Also wie viel Zeit haben wir eigentlich? Du bist bei jung und naiv. Also du entscheidest, wie tief du einsteigen möchtest. Also Zertifikate ist das, wo ich irgendwo auf dem Browser irgendwie OK drücken muss. Genau. Und letztlich sind diese Zertifikate wie so eine Art, das ist eigentlich dein Vertrauensanker. Der kann dir zeigen, rede ich eigentlich mit dem, mit dem ich reden will. Und die neue Regelung, die macht so ein bisschen, die gibt den einzelnen Nationalstaaten in der EU, wenn sie denn so kommt, das wird Anfang 2024 entschieden, die Möglichkeit, eigene Zertifikate rauszugeben und die auch verpflichtend in den Browsern vorzuschreiben. Und da haben wir natürlich gerade bei einigen Mitgliedsländern genau. Wie Ungarn kann ein eigenes Zertifikat rausgeben? Weißt du, was ich jetzt mal machen könnte? Fällt mir ein? Wir haben dazu einen längeren Podcast gemacht. Weißt du eigentlich, Thedo, dass ich unterdessen einen Podcast gegründet habe? Nein, du gehst fremd? Nein, das habe ich nur gemacht, weil du keine Zeit hattest. Weißt du, wie der heißt? Erzähl. Willst du wissen? Ja. Wirklich? Ja. Wir können den auch verlinken. Dicke Bretter. Denn wir versuchen dicke Bretter zu bohren, daher kommt das her. Also wir gucken uns so etwas an wie diese EIDAS-Gesetzgebung. Wir haben auch die Chatkontrolle angeguckt. Wir gucken immer so ein bisschen, wie entsteht das eigentlich? Also wir haben über dieses Zertifikatsproblem ein bisschen länger gesprochen. Und ich würde, wer sich dafür auch technisch interessiert, darauf ganz gern verweisen. Dicke Bretter Podcast. Genau. Mit wem machst du den? Der kommt bei meinem Chaos-Radio vom TCC alle zwei Monate. Also nicht so oft wie, wir sind nicht so professionell wie du, aber wir sind ziemlich erklärbar. Wer ist denn wir? Elina Eickstedt, Elisa Lindinger und ich. Okay. Ja, wir haben auch manchmal einen Gast. Eigentlich fast immer. Okay. Dafür stand jetzt Big Sister von der Leyen. Genau. Aber, na, ich glaube, da ist noch was dahinter. Ein bisschen war auch die Hoffnung, dass sich Ursula von der Leyen in diese Chatkontrolle-Debatte auch mal einmischt. Gut, das war, glaube ich, ein bisschen die Hoffnung von manchen, was sie natürlich nicht gemacht hat. Also ich hätte diese Hoffnung jedenfalls nicht. Es ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es nur mein Eindruck ist, aber es hat sich so ein bisschen verstetigt, dass in dieser Wahlperiode im Europäischen Parlament ziemlich viele netzpolitische Vorhaben waren, gegen die man sich wehren musste. Oder wo, na ja, zumindest so eine technisch interessierte Community nicht sehr zufrieden war mit dem, was da rauskam. Da versteht sie vielleicht auch. Aber hey, wir mochten sie auch schon früher nicht. Gab es irgendwelche netzpolitischen Entscheidungen auf EU-Ebene in Deutschland die letzten Jahre, die gut waren? Also damit wir mal was zu loben haben. Ja. Also das eine ist, was ich auf jeden Fall sagen würde, es ist ganz gut, dass der AI-Act erste Regulierung gefunden hat. Das ist sozusagen der Versuch, Künstliche Intelligenz zu fassen oder besonders solche, die sehr risikoreich ist. Da haben wir Kritik dran, aber ich glaube, der Versuch war nicht verkehrt. Ich halte letztlich am Ende bei der Datenschutz-Grundverordnung, wo es da viel Kritik gibt, ist das ein Erfolgsprojekt gewesen. Wenn man sich jetzt so anguckt, welche anderen großen Länder daraus Ideen übernehmen. Also da war ich immer ein bisschen gespalten, wie sich so diese Datenschutz-Grundverordnung auswirkt. Und so jetzt, nachdem ein paar Jahre vergangen sind, denke ich, dass das insgesamt ein gutes Projekt war. Vor allen Dingen, wenn man guckt, dass jetzt auch die Bußgelder teilweise vergeben wurden. Also das heißt, Strafen auch in Geld auszusprechen, hat eine Wirkung. Und ja... Kapitalismus und was sonst, ne? Nein, mir ist es so, wir fallen... Also, nimm mal diese Threads-Debatte, ja? Bitte? Threads, sagt ihr das was? So ein Messenger, den ich nicht kenne? Ja, okay. Wollen wir da jetzt einsteigen? Okay, aber ich will es mal gerne sagen. Irgendwas von Meta, ne? Ja, genau. Also ich meine, das hat ja einen Grund, warum die in Europa nicht gleich angefangen haben. Wir haben eben eine andere Gesetzgebung. Das finden diese Datenkonzerne nicht immer schön, aber zwingt sie halt teilweise für andere, oder ein bisschen andere Wege zu gehen. Und ich bin manchmal selber überrascht, wie gelungen ich die DSGVO im Nachhinein empfinde. Also sicherlich nicht in vielen Details. Ich mag auch keine Cookie-Banner mehr wegklicken und automatisiere das mittlerweile. Aber offenbar ist diese Androhung erfolgreich, was? Du automatisierst das Wegklicken der Cookie-Banner? Ja, der Cookie-Banner, ja, ja. Es gibt viele Browser-Exceptions. Du drückst immer auf, okay, alles akzeptieren. Ne, es gibt so Browser-Extensions, die dir das wegklicken, ja. Musst du mir gleich hier nach mal sagen, wo ich das finde. Oh, das nervt so ab, finde ich. Also, gut. Ja. Wie ist das in Sachen Künstliche Intelligenz, wie steht ihr Hacker dazu? Ich habe mir von manchen Kritikern, also die Leute waren so, ihr Hacker seid alle so pro-KI und so unkritisch. Ist das so? Habe ich gehört. Also, okay, kicken wir erstmal aufs Programm. Ja, wir haben hier eine ganze Menge Themen, die KI streifen, aber es ist so ein bisschen eher… Hält eine KI eigentlich einen Vortrag hier? Oder seid ihr noch nicht so weit? Nee. Haha. Naja. Beim 38-C3 dann, ja. Ja, bestimmt. Okay. Na, also es gibt also viel so eher, die sich dann, also sich wirklich mal technisch anzusehen, was macht das? Also es gab zum Beispiel hier einen sehr schönen Vortrag über neuronale Netze, was ja so ein bisschen die technische Grundlage ist, wo man, man kann einfach eine Menge lernen darüber. Und dann haben wir aber auch so, also natürlich auch so Randgebiete, also worüber ich zum Beispiel gesprochen habe, bei der Polizeisoftware, da spielt natürlich KI auch eine Rolle. Aber weswegen sich die Medien, das haben wir ganz doll gemerkt, am ersten Tag total interessiert, haben wir natürlich nur das Hype-Thema. Weißt du, also dieses, oh, wird das unser gesamtes Leben verändern? Das ist wirklich auch eine Frage, die total wiederkehrend ist. Also das heißt, der Hype, der eher so von Amerika hier rüberkommt, der hat halt die Medien total geprägt. Und ich, ja, das war so ein bisschen Gelächter hier darüber. Aber der prägt euch noch nicht? Weil ihr noch abwartet? Na ja, das eine ist, glaube ich, viele sehen in der Entwicklung des maschinellen Lernens eher so einen kontinuierlichen Prozess. Also nicht das erste Mal, dass wir darüber debattieren, ob Software zum Beispiel Berufe oder sowas ersetzt. Ich glaube, ich habe darüber schon mal ein ganzes Buch geschrieben. Also das ist ja, wenn man das aus der technischen Perspektive sieht, nur ein weiterer Schritt. Das Interessante an dem letzten Jahr, also in diesem Jahr, 2023, ist ja, wie unfassbar das gehypt wurde. Aber das ist ja nicht gehypt worden ohne Grund, sondern dahinter stecken natürlich absolut manifeste finanzielle Interessen. Das ist ja offenkundig. Ich meine, die haben natürlich unglaubliche Gelder versucht einzusammeln. Und alles ist jetzt KI. Das ist auch so lustig. Das steht jetzt überall dran. Egal, was das ist. Gibt es schon eine CCC-KI? Nee. Also ich finde, ich kann es auf eine Art verstehen. So die Bildergenerierung ist dafür ein gutes Beispiel. Oder die Musikgenerierung. Oder der ChatGBT. Die Leute können selber das testen und verstehen, wie das ein bisschen funktioniert. Ja, aber ich glaube, bei den Bildern ist es noch plastischer. Weil den Menschen mehr Ansprechend, wenn das irgendwie so visuell ist. Oder auch bei Musik. Aber bei ChatGBT ist es, denke ich, anders. Weil der, oder sagen wir mal, die Fehler, die diese Software produziert, auch relativ schnell bei den Leuten ankommt. Die merken sehr schnell, äh, Entschuldigung, das ist ja Bullshit. Also es wurde auch schon gleich am Anfang völlig von vielen, mit vielen Beispielen rausgebracht, wie viele Falschdarstellungen da drin sind und so. Also, aber das sieht eben, also Halluzinationen nennen, fand ich natürlich affig. Weil das natürlich nichts mit menschlichen Halluzinationen zu tun hat. Naja. Wartet mal. Also, das war interessant, wie sie das so vermenschlichen wirst. Ja. Wenn du jetzt im Studio wärst, hättest du schon längst ein Glas gereicht bekommen. Muss man wieder ins Studio kommen. Welche KI benutzt du denn? Ich hab mir alle diese Produkte natürlich, also alle, okay, sicherlich nicht alle, aber ich hab mir eine Menge selber auch angesehen. Ich wollte natürlich auch gucken, ähm, wie hat sich das verändert. Am Anfang war das ja in Deutsch, nicht in allem möglich, da musste man es ja auf Englisch machen. Mittlerweile, ich hab das auch probiert, natürlich. Ich hab mir auch diese komischen Emo-KIs angeguckt, die immer nur positive Sachen sagen. Und so war zum Piepen lustig. Ich benutze auch Bildgenerierung. Aber ich kann diesem Hype nicht folgen, weißt du? Ich finde das als Werkzeug interessant und ich hab das auch in meinen Beruf integriert zum Beispiel. Also, Bildergenerierung ist für mich total praktisch, ja, weil ich früher oft Probleme hatte, Sachen zu bebildern und jetzt kann ich halt irgendwie meine eigenen Prompts bauen. Ich hab das auf dem Rechner. Ich mein, das ist ja auch eine gewisse, vieles von dem, was jetzt technisch möglich ist, kannst du dir selber, also selber einrichten und selber benutzen. Also, du musst ja nicht deren Dienstleistung, das finde ich schon attraktiv. Es gibt AI-Seiten, wo du zum Beispiel unser Interview jetzt einstellen kannst und die AI macht dir eine grundlegende oder eine Kurzzusammenfassung unseres Gesprächs. Generell, das transkribieren finde ich schön, das abstrahieren. Das Problem ist natürlich die Fehler dabei. Okay, das ist eine Sache, da wird man auch in naher Zukunft sicherlich nicht drum herum kommen. Das andere ist aber dieses Herausstehen aus der Verantwortung von den Anbietern. Das finde ich halt faszinierend zu beobachten. Können wir nichts machen. Also, das finde ich schon ein bisschen schwierig. Insbesondere dann, wenn es in so eine Graubereiche geht. Also, wir hatten ja ein paar Beispiele, wo, ich mach jetzt mal ein typisches Beispiel, wo gefährliche Rezepturen etwa aus so einem GPT-Programm kamen. Also, Chlorgas war das eh ein Beispiel, weißt du. Und da hast du natürlich schon, da musst du einfach ethische Fragen stellen. Und zwar an die Anbieter, weißt du. Ja, das ist so ein bisschen, ja. Mir scheint die Debatte aber auch ja nicht so neu. Denn auch schon bei Vorformen von diesen neuen Sprachmodellen haben wir die ähnlichen Debatten schon geführt. Also, mir scheint das nicht so furchtbar neu zu sein. Das liegt aber auch daran, dass ich hätte mit KI schon im Studium zu tun. Also, das ist ja für Informatiker nicht so wirklich besonders. Ich fand diesen angeblich so großen Schritt gar nicht so riesig. Aber ich beobachte natürlich trotzdem mit großem Interesse, dass das mit einem mal auch ein Riesenmarkt geworden ist. Das ist ja... Trotzdem gibt es ja schon so viele Anbieter, die schon wieder pleite sind und so weiter. Also, der Cycle wird ja immer schneller, oder? Das, und es wurde auch sehr wenig darüber gesprochen, wie sich das eigentlich finanziert und was das Geschäftsmodell ist, weißt du so. Es war halt einfach nur ein Riesenhype. Aber dennoch habe ich Verständnis dafür, dass Leute das einfach auch gerne selber benutzen und ausprobieren und sich überlegen, wie das ihr eigenes Berufsleben möglicherweise und an welchen Stellen beeinflussen könnte. Aber mir scheint es halt nicht so furchtbar neu, dass wir den Hype rechtfertigt. Und, wie das sich von ordentlichem Hacker gehört, man will da kritisch drauf gucken, finde ich. Also, was ist Versprechung und was können die halten? Das wäre jetzt mal eine Frage. Ich habe gesehen, ihr habt irgendwie... Oder irgendjemand hat hier Tesla... Das Tesla-Auto gehackt. Wann hackt ihr die erste KI? Naja, also, komm, das sogenannte Prompt-Hacking, das hat der nun auch schon, weißt du... Also, lass uns mal ernsthaft drüber reden. Also, ich meine, was ist sozusagen, was ist für einen Hacker interessant? Genau. Das eine ist, was Produkte, die so ähnlich sind wie ChatGPT oder jedenfalls so eine Sprachmodelle ganz gut können, ist Code produzieren, Quellcode. Und, man muss sich immer klar machen, die Semantik von dem, was die produzieren, können diese Sprachmodelle nicht wissen. Und insofern ist es natürlich für Chat-Code-Generierung interessant. Das ist natürlich auch, was wir mittlerweile die Polizeien entdeckt haben und sich sagen, okay, droht uns da was Neues? Also, wir haben ja auch mal ein bisschen im Blick, wovor zum Beispiel Europol gerade so warnt oder was die sich so angucken. Das Erste, was wir beobachtet haben, ist, dass Spam und Phishing weniger Rechtschreibfehler hat. Naja, kippen die halt in ChatGPT. Jetzt kann man ja sagen, ja, gut, ist das vielleicht nicht so wichtig. Aber für viele Menschen, die Phishing genau daran erkennen, dass man Rechtschreibfehler hat, war das ein Problem, weil sie plötzlich diese Art von, okay, das ist jetzt Spam, diese Detektieren nicht mehr konnten. Also, klar, gibt es ein paar Bereiche. Das andere ist, wird es spezielle Sprachmodelle geben, die angelernt werden, um bestimmte Art von Chat-Code zu produzieren und wie erfolgreich ist man damit. Das ist interessant. Das andere ist, ja, also, da gibt es ein paar Bereiche, die sind auch, die sind etwas spannend. Aber jetzt auch nicht, was wir jetzt hier auf der Bühne hätten, bisher jedenfalls. Bobo Bühne, letztes Thema, dein Palantir-Talk. Erklär uns mal ganz kurz erstmal, was ist Palantir? Palantir ist eine Multimillionenfirma, die Software zur Datenauswertung und Datenanalyse anbietet und heute natürlich auch als KI labelt, KI ist halt der Hype, die besonders im Bereich Behörden, Geheimdienste und Armee tätig sind, das sind ihre Kunden, aber mittlerweile auch Produkte für außerhalb dieses Bereiches anbieten. Wie gehört die Firma? Muss man da jemanden kennen? Ich glaube, der bekannteste ist sicherlich Peter Thiel. Das ist der, also ein Milliardär, der reich geworden ist durch den Verkauf von PayPal. Aber glaube, bekannt... Sind Elon Musk Kumpel, oder was? Sind nicht die Tech Brothers alle Kumpels, aber also ich glaube, Peter Thiel spielt in einer anderen prominenten Liga. Ich glaube, dass Musk oder Jeff Bezos oder so, die sind bekannter. Aber er ist nicht weniger reich, also ich meine, er ist auch richtig reich. Und der zweite, glaube ich, ein bisschen bekannt ist Alex Karp. Also da gibt es noch ein paar mehr, ich glaube, vier weitere ursprüngliche Großinvestoren, die sind alle irgendwie schwerreiche Tech Brothers. Hat die CIA irgendwas damit zu tun? Ja, das waren A, die ursprünglichen Kunden und teilweise Investoren. Das ist auch nicht geheim oder so, im Gegenteil, also das wird als Werbeargument benutzt. Die Firma ist relativ alt, also die ist 2020 an die Börse gegangen und war da schon 16 Jahre alt. Also insgesamt 19 Jahre. Die haben schon, ja, eine längere Geschichte. Ich glaube, dass sie weit weniger bekannt sind und auch ihre Größe unterschätzt wird. Jetzt haben sie gerade einen Riesenvertrag gemacht, also einen dreistelligen Millionenvertrag mit dem Großbritannien, weil sie da sozusagen die Patienten, also das NHS, das National Health System, technisch betreuen werden. Also die sind im sozusagen Government-Sektor, also im öffentlichen Sektor, ein großer Player. Vor allen Dingen die letzten drei Jahre eben auch in Europa, in den USA schon länger. Und jetzt haben sie ein neues Spiel rausgebracht, Batman, ein Batman-Spiel, Gotham. Das habt ihr gespielt, oder was? Die Gotham-Software ist tatsächlich schon echt alt, also die ist schon mehrere Evolutionsstufen, die ist halt eine besonders für Polizeibehörden und Geheimdienste angebotene, auch für Armeen, Datenanalyse-Plattform. Da kannst du halt verschiedene Arten von strukturierten oder unstrukturierten, bereits vorhandenen Datenmengen reinkloppen und dann packen die, wenn du willst, auch noch zum Beispiel frei verfügbare Daten dazu, etwa Social Media und bietet halt viele sehr praktische Suchfunktionen vor allen Dingen. Kannst du mal ein Beispiel geben, kannst du das mal anschaulich machen? Die haben eine Menge eigene Beispiele, es gibt dann so Videos, wo die das erklären. Also mal ganz krass gesagt, also du holst verschiedene Datenbanken, etwa bei der Polizei zusammen und du kannst über Telefonnummern suchen, und du kannst über Namen suchen, du kannst gucken, wer vernetzt sich da eventuell mit wem. Du holst vor allen Dingen verschiedene Datenarten zusammen. In Deutschland sind es auch Daten wie Daten aus der Wohnraumüberwachung, Daten vom Staatstrojaner, Daten, forensische Daten aus beschlagnahmten Handys, Funkzellendaten. Künftig sollen es auch sein, in Hessen ist das zum Beispiel vorgesehen, künftig sollen da auch Mautdaten mit reinkommen. Verkehrsraumüberwachungsdaten sind in Hessen künftig vorgesehen, oder IP-Daten. Also das ist tatsächlich schon eine sehr breite Persönlichkeitsprofilierung möglich. Aber die Polizei braucht das ja, um das Verbrechen zu bekämpfen, wie Batman. Das ist die zentrale Begründung, genau. Was ist dagegen zu sagen? Naja, aus rechtlicher Sicht kann man eine ganze Menge darüber sagen. Wir haben in Deutschland einen besonderen Grundsatz. Das ist der Grundsatz der Zweckbindung. Wenn du als eine Behörde wie die Polizei Daten für einen bestimmten Zweck aufnimmst, kannst du sie nicht einfach für einen anderen Zweck benutzen. So, Zweckbindung. Und wenn du das tust, dann brauchst du irgendwie davon eine gesetzliche Grundlage, musst du halt, vor allen Dingen, wenn du die Daten aus einem grundrechtsintensiven Einbruch, zum Beispiel Wohnraumüberwachung hast, dann kannst du nicht einfach sozusagen wie für einen anderen Zweck weiterverwenden. Also, das wird natürlich faktisch getan, aber dann brauchst du halt eine rechtliche Grundlage dafür. Und die Gesetze, insbesondere in drei Bundesländern, die sind in Karlsruhe einfach als angegriffen worden. Im Konkreten Hessen und Hamburg. Und da gab es halt dieses Jahr ein Urteil. Das sogenannte Palantir-Urteil. Und ja, die sind natürlich teilweise verfassungswidrig, aber nicht nur, weil sie die Zweckbindung unterlaufen, in ganz hohem Maße, die Daten sind fast nie gekennzeichnet, sondern auch, weil unglaublich viele Unbeteiligte dabei mitbetroffen sind. Also nicht nur Leute, die irgendwie mit Verbrechen zu tun hatten, sondern auch Zeugen und so weiter. Also Dritte, weil sie massenhaft Daten drin haben, die ja nicht reingehören, also wie etwa die Funkzeitenabfrage. Aber auch, da hängen noch eine Menge andere Sachen dran, sie haben sehr, sehr viele Zugriffe, also sehr viel, viel mehr Menschen als erwartet, haben Zugriff auf diese Daten genommen. also jährlich viele tausend Mal und es gibt Defizite bei der Kontrolle und der Transparenz. Also es ist schon ein krasses Urteil. Und in Hamburg war die gesetzliche Grundlage nichtig, aber es spielte nicht so die furchtbare Rolle, denn die Polizei in Hamburg hatte das noch nicht benutzt. Es gab zwar das Gesetz, aber das Gesetz ist nichtig. In Hessen war es ein bisschen anders, denn da hat das Verfassungsgericht natürlich gesagt, ah, okay, also ihr habt bis September, um eine neue Fassung zu machen und die Defizite aufzuräumen. Ja, also ich habe jetzt wirklich das Urteil sehr zusammengefasst wiedergegeben. Das ist natürlich ein bisschen komplexer und wir haben heute darüber eine Stunde geredet. Sollen Sie auch deinen Talk angucken? Aber wird die Software Gotham irgendwo gerade eingesetzt in Deutschland? Ja, also wir haben drei Bundesländer, die haben Verträge mit Palantir. Das ist einmal Hessen, wie erwähnt, aber auch Nordrhein-Westfalen. Da steht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch aus. Die setzt dann aber auch ein. Und Bayern. Und Bayern hat aber erstmal so einen Rahmenvertrag. Das heißt, da gibt es jetzt eine Testphase, die ist auch umstritten, ob man die überhaupt so machen kann, rechtlich. Also da gibt es noch nicht so einen polizeipraktischen Einsatz, sondern so einen Testbetrieb. Ist es zufall, dass das alles unionsgeführte Innenministerien und Bundesländer sind? Ich würde das nicht sagen. Es ist tatsächlich so, dass die unionsgeführten Länder, insbesondere Bayern, versucht hat, das in allen Bundesländern populär zu machen. Denn die haben, sozusagen, so einen Vertrag mit Palantir geschlossen, der es anderen Polizeien in anderen Ländern ermöglichen würde, beizutreten und die auch zu nutzen. Und haben auch versucht, über die Innenministerkonferenz diese Idee populärer zu machen, aber nicht alle, also wir haben im Vorlauf des Vortrages alle Bundesländer abgefragt, wie gerade ihre Haltung ist zum Einsatz von Palantir oder anderen Softwareprodukten. Also, die sind ja nicht die Einzigen in diesem Markt. Und dabei kam heraus, dass es nicht so viele Länder sind. Also es bleibt eigentlich dabei Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern. Aber Berlin hat jetzt Interesse gezeigt, nachdem es eine schwarz-rote Regierung ist. Also, und wir haben so ein bisschen, also, ja, in Baden-Württemberg gibt es offenbar zumindest mal das Vorhaben, dass man eventuell diesem Rahmenvertrag da beitreten könnte. Aber es gibt noch viele Länder, die wollen es überhaupt nicht. Also Schleswig-Holstein und Saarland haben keine Pläne und so. Angenommen, es gibt jetzt Leute, die jetzt zugucken und sagen, ja gut, mir doch egal, was diese Software kann, hört sich jetzt nicht so schlimm an. Habt ihr, wisst ihr schon, was die vielleicht können, könnte bald? Also, wie die Zukunft dieser Software aussieht? Oder solcher Software? Es ist eigentlich, das Urteil ist auch deswegen interessant, weil überhaupt das erste Mal über eine Form von KI-Anwendung geurteilt wurde von einem Höchstgericht. Denn diese Gesetze, vor allen Dingen in Hessen, war halt so methodenoffen oder auch datenoffen formuliert, dass das durchaus für irgendwelche KI-Projekte gepasst hätte. Das ist also ein Teil der Kritik, das, und auch Teil des Urteils, dass es eben sehr viel bestimmter und normklarer formuliert werden muss und nicht so offen formuliert werden kann. Insofern wurde da schon eine ganze Menge über KI gesprochen, aber man darf den Hype auch nicht ignorieren, weil heute ja sehr viel als KI gelabelt wurde, wo man früher gesagt hat, naja, okay, das ist Mustererkennung, erkennst einfach einen Pattern und heute nennt man das KI. Achso, das hat die Software auch? Ja, naja, Palantir ist natürlich auf diesen KI-Hype auch aufgesprungen, na klar, also das machen jetzt aus meiner Sicht aber sehr viele. Insofern... Hat die auch Blockchain, das ist mir immer wichtig. Na, ich glaube, der Blockchain-Hype war noch was anderes als der KI-Hype. Ja? Ja, das ist schon mein Eindruck. Ja, der Hype bei AI ist größer. Ja, also das Gericht fordert auch sehr klar, dass KI da definiert werden muss, also gesetzgeberisch. Das ist schon, also das ist ein interessantes Urteil. Ich empfehle auch den Talk gerne nochmal anzugucken, denn auch, also Hessen musste ja aufgrund dieses Urteils neu regeln, die mussten ihr Gesetz sozusagen verbessern und auch die Neuregelung ist nicht sehr gelungen aus unserer Sicht. Und ihr fordert mehr Kontrolle und mehr Transparenz, also was heißt denn Transparenz? Die Polizei soll sagen, hier bitte liebe Verbrecher, das wissen wir über euch und so arbeiten wir. Na, ich glaube vor allen Dingen müsste diese, ich will mal vorne die erste Forderung nennen, denn die ist eigentlich, dass wir diese, diese kommerziellen Anbieter nicht unterstützen wollen. Also, ja, das Problem ist ja, wenn du einen Rahmenvertrag machst für deine Polizeidaten mit so kommerziellen Anbietern, hast du natürlich das Problem, dass du dich sehr abhängig machst. Das ist bei Palantir auch kein, nicht wirklich ein theoretisches Problem, ja, weil andere Polizeien, zum Beispiel eine sehr große Polizei, nämlich die New Yorker Police Department, hat das schon einmal durchexerziert. Denn die haben sich nach ein paar Jahren von Palantir verabschieden wollen als Vertragspartner, hätten aber gerne ihre Daten gehabt. Weißt du? Was? Ja, ja, aber, also, das ist natürlich eine Form von Abhängigkeit, in die man sich begibt, die mit einer Intransparenz einhergeht. Denn, was genau diese Software macht, ist natürlich Geschäftsgeheimnis dieser Firma. Wo landen die denn, also diese Daten, auf dem Server von Palantir? Also hat Palantir denn Zugriff, wenn die bayerische Polizei da irgendwas abgreift? In Deutschland wird das nicht angenommen, aber in den USA war das auch eine Debatte. Denn das war ja der erste Markt, zu sagen, als ja gerade diese Firma, die ja sehr bekannt ist, letztlich für ihre Kunden, nämlich Geheimdienst und Militärs, als diese Firma anfing, Polizeidaten zu verarbeiten, war das die erste Debatte. Also die großen Bürgerrechtsorganisationen in den USA haben da auch sofort, sozusagen, nachgeschlagen und gesagt, Entschuldigung, diesen Leuten wollt ihr unsere Polizeidaten geben? In Deutschland war das eigentlich nicht Teil der Debatte. Das liegt natürlich auch daran, dass, also ich meine, das wäre so klar rechtswidrig, also, wenn die die weiterverwenden würden. Aber jetzt in den, in Großbritannien ist die Debatte wieder da. Denn da sind es ja die Patientendaten. Da haben natürlich auch sofort die Bürgerrechtsorganisationen in Großbritannien gesagt, Entschuldigung, bei Palantir wollt ihr unsere Patientendaten geben? So, also die Debatte war da. Hier ist sie aus meiner Sicht, sie war auch nicht Teil der Anhörung in Karlsruhe. Das wurde nicht wirklich besprochen. Dennoch bleibt da einfach eine Menge in Transparenz, natürlich. Man macht da ja, das wird ja nicht offengelegt. Sind die Verträge wenigstens offen oder so? Nee, auch nicht. Also, das ist auch so ein Teil des Problems. Aber, das ist natürlich, würde man nicht mehr haben, wenn man kommerzielle Anbieter gar nicht mehr für diese Art der behördlichen Daten eine Auswertung nutzen würde. Apropos elektronische Patientenakte, kommt ja jetzt auch in Deutschland. Ist Palantir da auch wieder mit dabei? Soweit ich weiß, gibt es da keine Bemühungen. Aber das wird schon eine Rolle spielen. Der Riesenvertrag, den Palantir in Großbritannien gemacht hat, war auch hier eine Nachricht. Also, der öffentliche Sektor ist für die interessant. Und was ich noch interessant fand, dass unser Gesundheitsminister immer wieder nur so vom, also er kommt mit Standortargumenten. mich würde nicht wundern, wenn sie diesen Gesundheitsdatenmarkt auch attraktiv finden würden. Derzeit ist die technische Infrastruktur dafür nicht vorgesehen. Aber, man weiß nie, was die Zukunft bringen wird. Werde ich irgendwann die Patientenakte von dir irgendwo im Internet finden können? Ich bin ein besonderer Fall. Ich führe ein strategisches Verfahren gegen meine eigene Krankenkasse zusammen mit einem anderen Frankfurter Patienten, der wiederum in Frankfurt klagt. Weil wir nicht wollen, dass wir verpflichtet werden, dass unsere Patientendaten in das Datenforschungszentrum gehen. Denn noch die alte Regierung hat ein Gesetz gemacht, die alle gesetzlichen Krankenkassen versichert, verpflichtet alle Daten dahin zu. schicken. Wird auch schon passiert. Und ich bin jetzt quasi die Einzige, deren Daten da nicht sind, wenn man gesetzlich versichert ist. Das heißt, 70 Millionen gesetzlich Versicherte und deren Daten sind da jetzt weggespeichert. Allerdings ist das Forschungsdatenzentrum bisher nicht in der Lage, die Daten für Forschungszwecke rauszugeben, denn sie haben noch kein fertiges IT-Sicherheitskonzept. Das heißt, die sind jetzt schon viele, viele Monate über ihrem eigentlichen Zeitplan und schaffen sozusagen die Datengrundlagen nicht. Wobei, wissen wir eigentlich, dass diese elektronische Patientenakte virenfrei sein wird, also ob sie geimpft ist? Ich weiß nicht. Also, mein eigenes Verfahren ist für die Gesetzgebung davor. Und was jetzt passieren soll, du sprichst ja über die Patientenakten und das sogenannte Gesundheitsdatennutzungsgesetz, heißt das jetzt, das ist ja ein Ampelprojekt. Ich glaube, also ich glaube, dass es tatsächlich ein bisschen was mit der Pandemie zu tun hat, wie wenig über die Weitergabe, die verpflichtende Weitergabe dieser Patientendaten gesprochen wird. Das ist tatsächlich bemerkenswert, dass es kaum jemand gab im Bundestag, oder wirklich sehr wenige, die gesagt haben, Entschuldigung, das sind sehr sensible Daten. Wieso dürfen die Patienten nicht selber entscheiden? Also, das war wirklich, also ich fand es bemerkenswert. Das ist auch so eine Opt-out-Lösung, also wenn ich das nicht will, erst dann muss ich Bescheid sagen. Ansonsten wird es gemacht. Ja, und ich finde das nicht richtig. Natürlich wissen alle Praktiker, dass wenn sie es andersrum machen, dass die Art, also die Menge der Daten, die sie bekommen, sehr viel weniger sein wird. Das ist ihnen natürlich klar. Denn Opt-out werden nur sehr wenige machen, während Opt-in vollkommen klar auch sehr wenige sind. Bei der Organspende machen sie es ja auch nicht. Ja, ja, oder? Bei der Organspende mittlerweile auch Opt-out? Nein. Na, das ist, glaube ich, ein bisschen andere Debatte, weil bei der Organspende kommen sehr viele ethische und manchmal sogar religiöse Fragen und so dazu. Gibt es jetzt bei dieser Sache keine ethischen? Natürlich, aber ich meine, das ist, glaube ich, ein bisschen andere Debatte. Ich finde schon. Es bleibt ja trotzdem dabei, dass ich es bemerkenswert finde, mit welcher Selbstverständlichkeit angenommen wird, dass diese Daten ausgewertet werden können. Denn sowohl die Probleme mit der De-Anonymisierung, also dass man aus den Daten einfach rückschließen kann auf Menschen, aber auch Fragen der IT-Sicherheit. Gerade in so einem Jahr, ich meine, in den letzten zwei, drei Jahren haben wir auch enorm viele Angriffe auf gespeicherte Gesundheitsdaten. Da gibt es ja ganze Datenbanken, die sind voll, voller zu sagen, oh, da sind wieder mal Gesundheitsdaten abgeflossen. Das finde ich schon bemerkenswert. Gibt es irgendwelche Vorteile, die du siehst aus der Entwicklung? Bist du generell gegen den Kram? Nein, nein, ich kann schon verstehen, dass es sozusagen den Drang gibt, möglichst viele Patientendaten zu haben, um daran zu forschen. Da habe ich ein Verständnis dafür. Ich verstehe halt nur nicht, warum man so verpflichtend sein wird, denn sie könnten natürlich auch um diese Daten werben. Denn die meisten Menschen wollen auch gerne sinnvolle Forschung unterstützen. Vielleicht nicht jede und vielleicht wollen sie sich das aussuchen. Vielleicht wollen sie an ihrem eigenen Patienten-Schicksal entscheiden, ob sie das wollen. Je nachdem, was man vielleicht für eine Erkrankung oder Vorerkrankung oder sowas hat, will man es vielleicht auch nicht. Also, Krankheiten sind ein großes Stigma. Und ich finde, es bemerkenswert, dass sie das verpflichtend machen. Das ist nicht. Wir führen ein strategisches Verfahren. Also, wir hoffen, dass es auch zum EuGH getragen wird. Also, wir haben Fragen vorgelegt, wo wir hoffen, dass der Richter zum EuGH vorliegt. Das ist unser Ziel. Aber dazu müssen wir erst mal warten, bis dieses Forschungsdatenzentrum dann nochmal fertig wird. Gibt es irgendeine gesetzliche Krankenversicherung, wo meine Daten nicht abfließen? Nein, das ist ja gesetzlich verpflichtend. Also, du kannst privat versichert werden. Weil für private Patienten geht diese ganze Argumentation nicht. Das ist natürlich auch ein hohen. Also, ich bin tatsächlich derzeit die Einzige. Wir haben eine Eilentscheidung und meine Daten sind nicht darunter. Ansonsten fließen die gesamten Daten aller gesetzlichen Versicherten bereits in dieses Forschungsdatenzentrum. Nur, dass sie das technisch nicht hinbekommen haben, dass da schon jemand daran forschen könnte. Also, wir kommen zum Schluss. Ich habe noch eine Frage an die Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Es werden doch eigentlich alle Vorträge, die gehalten werden, auch irgendwie aufgenommen und veröffentlicht, oder? Ja, wir haben, also man kann es im Stream gucken und wir sind mittlerweile unter einem Tag oder so. Also, den ersten Tag kann man schon komplett angucken. Auch den Vortrag von Holger Stark über Assange? Ja. Mit dem Pompeo Zitat, das er eingespielt hat? Ja, und? Achso, du meinst wegen Urheberrecht oder so? Naja. Warum nicht? Ich hörte, dass das irgendwie nicht möglich wäre. nein, wir haben ein paar Ausnahmen von den Videos, die, also es gibt manchmal sehr selten Sprecher, die das nicht wollen. Soweit ich weiß, haben wir dieses Mal aber keine. Also, vielleicht irrt mich jetzt. also, es hat auch so ein bisschen, klar, wir hatten manchmal Fälle, wo Dinge vorkamen, wo wir gute Gründe haben, dass Sprecher sagen, nee, wollen wir nicht. Aber das ist eigentlich die totale Ausnahme. Also, du redest hier vor vielen hundert Leuten. Ja, außerdem wurde gestreamt. Du kannst ja auch Leute nicht daran hindern, den Stream mitzuschneiden, was auch Leute machen. Aber ich weiß jetzt nicht für den Vortrag von Holger Stark, der sich aber, ich war selber nicht drin, ich weiß aber, dass viele sagen, der lohnt sich anzugucken. Also, ich weiß nicht, hast du ihn hier sehen? Nein, aber ich werde mir auf jeden Fall nur angucken. Ja, ich meine, Pompeo werdet jetzt nicht weiß, ist der Ex-CIA-Chef. Ex-Außenminister. Was? Ex-Außenminister von Trump. Ach so, ja, ja, aber also in der Rolle, ja. Und er soll halt, oder er streitet sich eigentlich auch gar nicht ab, er soll halt Pläne damals in der CIA gegeben haben, Assange aus dem Verkehr zu ziehen, bis hin zu einer Tötung. Und darüber hat er damals eine Zeitung geschrieben, ich weiß gar nicht genau, wer der Journalist war, der das zuerst veröffentlicht hat. Schon ein bisschen her, ich glaube, es war 2021. Also, tatsächlich sozusagen, ja, eine Killermission. Und Holger hat gerade ein Zitat abgespielt, wo Pompeo, WikiLeaks mit ISIS, Hezbollah, also wirklich den schlimmsten Terrororganisationen vergleichen. Also mich wundern es deswegen nicht, weil auch andere aus dieser Geheimdienst-Babbel unglaubliche Vergleiche gezogen haben in der Zeit. da ist er auch sicherlich nicht der Einzige. Aber wenn es der Grund ist, warum es vielleicht nicht veröffentlicht wird, verschneiden sie doch raus, ich weiß nicht. Also, die journalistischen Veröffentlichungen sind alle öffentlich. Würdest du jetzt sagen müssen, das ist der Grund, warum die Leute zum Chaos Communication Congress kommen müssen? Ja, natürlich ist es irgendwie, da gibt es aber viele Gründe, also jetzt nicht unbedingt dieser einzelne Tor, also ich glaube, das ist die Mischung. Du kannst was lernen, aber klar, der Kongress an sich macht auch Freude. Hier gibt es einfach eine Menge Angebote. Das ist ja auch nicht nur das Vortragsprogramm, sondern irgendwie auch die Workshops und hier gibt es auch eine ziemlich gute Party abends. Also, ist eigentlich alles da. Und außerdem gibt es glaube ich ein Defizit, oder? Ey, so lange, also wieder Physis zusammen, also sich treffen, das war für viele wichtig, weißt du? Also für mich jedenfalls. Gibt es hier einige Menschen, die sich seit vier Jahren... Ja, hör auf, ich habe manche einfach nicht wiedererkannt, die ich wirklich vier Jahre nicht gesehen habe. Also, die ich habe wiedererkannt, aber wir haben uns auch zwischendurch gesehen, zweimal, haben wir festgestellt. Wobei, dein Bart wird auch immer länger. Vielleicht gibt es auch manche Leute, die seit vier Jahren keinen anderen Menschen mehr gesehen hatten, oder so, die halt nur auf Hacker-Kongresse kommen. Ja, aber also komm, die Pandemie ist jetzt, also, ne, Veranstaltungen gibt es ja schon wieder länger. Aber wir hatten uns seit letztem Jahr entschlossen, das nicht zu machen. Obwohl die Pandemie vorbei war. Ja, naja, als wir uns entschieden haben, das letzte Jahr abzusagen, da war halt echt nicht klar, was für ein Winter kommt. Das war noch eine andere Situation. Ja, dafür sind wir jetzt nach Hamburg in diese schöne, sanierte Gebäude zurückgekehrt, was mich persönlich sehr freut. Ich mochte auch Leipzig. Ich mag Hamburg lieber. Konstanze, vielen Dank für deine Zeit. An wen kannst du das nächste Mal? Naja, spätestens in einem Jahr. Äh, okay. Privat vielleicht öfter und ansonsten auf ICQ. Ja, stimmt, wir werden ICQ nutzen, das ist eine gute Idee. Ich sage danke für eure Unterstützung. Ihr wisst ja, wie ihr das machen könnt per PayPal oder Überweisung. Junge Naiv, gibts nur dank euch. Danke Konstanze. Gerne. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020